Hallo zusammen, willkommen zurück zu Jest Testing mit JavaScript. Okay, heute machen wir folgendes. Wenn wir eine Funktion haben, die ein bisschen komplexer ist als das hier, sagen wir einfach mal, falls A denn wirklich kleiner sein sollte als 0, dann wird irgendwas anderes gemacht. Zum Beispiel wird dann nicht A plus B, sondern A minus B gerechnet und natürlich auch zurückgegeben. So, wenn das gemacht wird, dann haben wir hier natürlich keine richtige Summe mehr. Die Funktion an sich funktioniert allerdings trotzdem noch und natürlich schlägt jetzt unser Test hier erstmal fehl. Denn wenn ich jetzt hier zwei negative Zahlen aufeinander drauf summiere, beziehungsweise in dem Fall drauf subtrahiere, dann kommen wir hier bei 1295 raus und das Ergebnis müsste angepasst werden. So, jetzt haben wir allerdings das folgende Problem. Wenn ich, sagen wir mal, das hier nicht mache, also generell einfach dieses Ergebnis hier komplett oder diesen Test komplett eliminiere, einmal ganz kurz testen, dann schlägt nichts mehr fehl. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, falls jemand anders zum Beispiel diese Datei bearbeitet hat, ob oder das hier überhaupt gerade etwas geändert wurde. Denn normalerweise funktioniert Test-Driven Development so. Man hat einen Testentwickler und man hat einen normalen Entwickler, der nicht die Tests schreibt, sondern das, was dazu gehört. Und der entwickelt erstmal nur so, dass es eben die Tests abdeckt. Jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß ich, ob meine Tests einfach vollständig sind? Oder dass sie vielleicht einen gewissen Teil abgedeckt haben? Und genau das kann man mit Coverage-Tests machen. Also, das sind keine extra Tests. Man kann einfach sagen, ich möchte gerne die Coverage messen. Und ja, das sieht man hier leider in diesem Beispiel nicht. Deswegen wechsle ich hier nochmal zurück zu meinem npm-run-Test. Das kann ich, wie gesagt, auch einfach hier in der Command-Line eingeben. Und in dem Fall sehen wir hier one-passed-one-total, two-passed-two-total. In dem Fall sind das die Test-Suites. Und wir haben die Tests, insgesamt sind es zwei Stück. Cool. Reicht mir natürlich einfach nicht aus. Deswegen gebe ich jetzt hier einfach mal npm-run-test-minus-minus-minus-coverage ein. So. Und wenn ich das jetzt durchführe, dann sehen wir hier, ich kriege eine Coverage-Analyse, eine Überdeckungsanalyse. Wie viel Prozent meines Codes ist eigentlich wirklich getestet worden? Das sehe ich hiermit. Also, da oben kommt natürlich nochmal alles. Hier sehen wir, dass die beiden Tests durchgegangen sind. Und wir sehen, wie viele Funktionen oder wie viel eigentlich von der Funktion jeweils getestet wurde. Das heißt, hier sehen wir Statements covered 75%. Branch covered 50%. Also, von den Branches, von den Verzweigungen gecovert. Von den Funktionen habe ich 100% gecovert. Und von den Lines, also von den Zeilen an Code, 75%. Das heißt, ich habe hier drei Lines nicht gecovert in meiner Index-JavaScript-Datei. Also weiß ich, hier muss ich eigentlich nochmal ran. Ein grober Richtwert, also klar, die Sum-Funktion hier ist wirklich sehr, sehr einfach und sehr simpel. Und im Grummen und Ganzen kann man sagen, wenn man mehr als 80% abgedeckt hat, ist es okay. Wenn man mehr als 90% abgedeckt hat, ist es eigentlich sehr, sehr gut. Denn normalerweise haben wir natürlich sehr viel mehr Verzweigungen. Und die alle zu testen, ist gar nicht mal so einfach. Im allerbesten Fall habt ihr natürlich 100% Coverage. Aber das kann man von den wenigsten Leuten heutzutage noch verlangen. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe das einfach mit npm run test, minus, 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 minus Coverage gemacht. Das sieht man hier unten relativ schlecht, deswegen markiere ich das nochmal ganz kurz. Und es hat sich hier ein neuer Ordner erstellt, Coverage. Das sieht jetzt allerdings erstmal komisch aus. Wir haben hier eine Clover.xml-Datei, die können wir uns aufrufen, wenn wir das wollen. Und die enthält im Endeffekt all diese Informationen auch nochmal. Viel cooler ist aber, wenn wir das Ganze mit einer richtigen Ausgabe machen können. Und natürlich hier unten nicht vielleicht minus, minus Coverage noch eingeben müssen. Denn so kann ich hier die Testoption gar nicht aufrufen richtig. Also, was mache ich? Ich packe in meiner Package.json nochmal hier rein, dass ich auch wirklich die Code Coverage messen möchte. Und das kann ich natürlich machen, indem ich hier unten einfach nochmal einen Jest-Bereich einfüge. Das heißt, direkt unter Scripts kann ich jetzt hierher gehen und Jest definieren. Und mir hier drin definieren, was ich eigentlich alles haben möchte. Das heißt, sowas wie Collect Coverage. Und die wird jetzt hier von mir erstmal auf True gesetzt, denn das möchte ich haben. Alternativ kann ich hier oben auch einfach hergehen und minus, minus Coverage aktivieren. Das muss ich allerdings jetzt nicht mehr machen. Das kann ich hier rauslassen, weil ich es hier unten drin habe. Warum lasse ich Jest hier unten drin? Naja, da kann ich eben noch mehr rein machen. Und zwar kann ich hier unten auch definieren, wie ich die Ergebnisse haben möchte. Und deswegen bleibt das jetzt für mich hier erstmal so drin. Und zwar, wie möchte ich Ergebnisse haben? Also Coverage Report, das möchte ich gerne setzen. Und zwar ein HTML-File hätte ich ganz gerne. Mit diesem HTML-File bekomme ich, wenn ich einen, also jetzt kann ich einfach wieder meinen Test hier laufen lassen. Jest weiß dann automatisch, dass es Coverage machen soll. Und es soll bitte auch einen Coverage Reporter starten. Das heißt, ich kann hier oben wieder meine Run-Konfiguration starten. Und wir sehen hier unten, okay, wir haben hier soweit alles durchgeführt. Und in Coverage finden wir jetzt einen Report. Und zwar eine Index.html-Datei, die ich natürlich jetzt als Index.html-Datei sehe. Aber ich kann die auch einfach im Browser öffnen. Zum Beispiel auch in meinem Browser in der IDE drin. Und hier sehen wir, okay, ich habe von meinen Tests, also meine Tests covern jetzt hier von der Index-JavaScript-Datei 75% der Statements. Drei Viertel insgesamt. Von den Branches nur 50%, also die Hälfte. Und von den Funktionen 100%, also alle. Und von den Lines 75%, also drei von vier. Also drei Viertel im Endeffekt. Und das ist eigentlich auch eine ganz, ganz angenehme Art und Weise, wie man sich das visuell darstellen kann, wenn ich meine Tests laufen lasse. Was ich jetzt hier nicht mehr bekomme, ist, ich bekomme es nicht mehr in der Kommandozeile. Das kann ich aber auch nochmal aktivieren, wenn ich das möchte. Und zwar, indem ich hier in meiner Package-JSON nicht nur die HTML hier angebe, sondern auch einfach einen Text. Und ja, den kann ich sogar noch weiter konfigurieren, wenn ich das möchte. Das heißt, wir lassen es erstmal so laufen, dann seht ihr, was ich meine. Okay, so einmal Jest kurz durchlaufen lassen, dann kriege ich hier eben einmal nur die Ausgabe, so wie wir sie bisher gesehen haben. Also eigentlich nur, was alles passiert ist. Ich kann hier noch mehr reinpacken, wenn ich das möchte. Indem ich hier zum Beispiel auch meinen Test anzeige mit SkipFull, heißt die Option. Aber ja, in dem Fall, ich würde sagen, Text reicht eigentlich hier als Coverage Report völlig aus, wenn wir vor allem noch HTML dabei haben. Was ich jetzt allerdings auch noch machen kann, ist, ich kann hier in der Konfiguration einen Coverage Threshold einstellen. Und den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Coverage Threshold. Das ist eine eigene Option hierbei. Und zwar könnt ihr die definieren für zum Beispiel Dateien, zum Beispiel Branches, Funktionen und so weiter und so fort. Und ich würde euch hier tatsächlich raten, das Ganze einfach global zu stellen und hier drin dann zu definieren, dass ihr für Branches mindestens 80% haben wollt. An erfolgreichen, an Testüberdeckung, dass ihr für Funktionen, also Functions mindestens 80% haben wollt. Also 80% aller Funktionen haben wollt. Dass ihr für die Zeilen mindestens 80% haben wollt. Und dass ihr für die Statements zum Beispiel nur 10 nicht gecoverte Statements, also nicht abgedeckte Statements hier erlauben wollt. So, das sind jetzt relativ strikte Vorschriften, das weiß ich. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Wenn ich jetzt hier meine Tests laufen lasse, dann sehen wir hier One Past, One Total, Two Past, Two Total. Aber Just Global Coverage Threshold for Branches not met. Das heißt, unser Test ist offiziell fehlgeschlagen. Wenn wir jetzt hier nochmal ganz kurz unsere Jest-Sache laufen lassen. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Dann lasse ich einfach mal hier den Run Test laufen. Dann sehen wir hier, das schlägt nicht fehl. Das ist nämlich nur der Test hierbei. Das ist einfach nur diese Test Suite für im Endeffekt den Test für die Sum Function, den wir hier definiert haben. Und der schlägt nicht fehl. Das heißt, die eigentlichen Tests, die laufen normal durch. Aber unsere Run Konfiguration... Ah, jetzt muss ich nochmal laufen lassen. Sekunde. Unsere Run Konfiguration von NPM Run Test, also das, was wir hier schon eingestellt haben, die wiederum schlägt fehl, weil hier eben diese Thresholds, also die Grenzwerte, nicht erreicht wurden. Das heißt, wir brauchen für Branches mindestens 80%. Wir müssen 80% aller Verzweigungen abgedeckt haben durch unsere Tests. Wir müssen 80% unserer Zeilen abgedeckt haben und wir haben nur 75% bzw. 50% unserer Branches. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich jetzt hergehen und die Verzweigung auch noch testen, damit unsere Tests überhaupt nicht mehr fehlschlagen. Und hier packen wir rein minus 42 und den Output, den habe ich gerade selber nicht im Kopf, wie haben wir das denn berechnet, A minus B. Das heißt, das wäre dann in dem Fall minus 1379, sollte dabei rauskommen. So, und jetzt starten wir das Ganze mal und jetzt sehen wir, das ist alles grün. Wir haben hier 100% von allem getestet. Wir haben drei Tests gehabt. Wir kriegen keine Warnung, dass hier etwas nicht gereicht hat und so weiter und so fort. Und das gilt jetzt halt für alle Dateien. Das habt ihr jetzt direkt in eure Run-Konfiguration eingetragen. Das heißt, wenn ihr NPM Run-Test laufen lasst, dann wird Jest mit dieser Konfiguration hier gestartet. Ihr bekommt ein Report über eure Coverage, das wäre das da. Ihr bekommt natürlich auch, ob die Tests fehlgeschlagen sind oder nicht, das ist auch klar. Und ihr bekommt eine Warnung, falls hier diese Thresholds, also die Grenzwerte, nicht erreicht werden. Und das ist eigentlich so die Grundlage für gutes Testen. Also 80% ist hier schon, ja, sollte man eigentlich machen. Die wenigsten kommen auf diese 80% in ihren Projekten. Aber es ist schon ganz gut so. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite erstmal wieder. Es geht natürlich noch weiter. Wenn es ums reine Testschreiben geht, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Wir machen hier noch ein paar Videos dazu. Bis dann. Ciao.